Hallo Fußballfreunde und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, gibt es heute mal einen Streckbrief und zwar zu Karim Adeyemi. Ja, der Deutsche wurde ja schon mit Lionel Messi verglichen. Patrick Kleubert hat sich schon positiv über ihn geäußert in einem Interview. Er hat mit seinen jungen 18 Jahren noch für viele Schlagzeilen gesorgt. Heute einfach mal der Streckbrief für euch. Also, sein Name ist Karim Adeyemi. Sein Marktwert beträgt bei Transfermarkt.de 6,7 Millionen Euro, was nicht gerade wenig ist. Sein Alter, er ist 18 Jahre alt, habe ich ja eben schon erwähnt. Er spielt hauptsächlich als Mittelstürmer, kann aber auch auf dem rechten und auf dem linken Flügel eingesetzt werden. Das heißt, er ist vorne auf den drei Positionen flexibel einsetzbar. Die Saison war für ihn sehr erfolgreich. Sie begann für ihn in der zweiten Mannschaft. Also, er spielt bei RB Salzburg, spielte da erstmal in der zweiten Mannschaft von RB, in der zweiten österreichischen Liga. Dort schoss er in 14 Spielen 9 Toren, machte 8 Vorlagen. Also, 17 Scorer in 14 Spielen ist schon echt stark. Klar, es ist die zweite österreichische Bundesliga, aber das ist schon echt stark. Also, dann in der US League noch, das ist so die Jugend Champions League, hat er in sieben Spielen auch sieben Scorer, drei Tore und vier Vorlagen gemacht. Daraufhin wurde er dann ins Profiteam übernommen, spielte da in der ersten österreichischen Liga zehnmal und immerhin vier Scorer-Punkte. Das ist für einen 18-Jährigen sehr stark. Ein Tor und drei Vorlagen. Er konnte unter anderem auch schon in der Euroleague einen Einsatz bekommen. Und wie gesagt, seine Karriere verläuft sehr erfolgreich. Er könnte der nächste Gerd Müller werden. Ich denke, er wird sich in den nächsten Jahren weiterhin so gut entwickeln. Hat ja auch unter anderem seine Karriere bei den Sportvereinigungen Unterhaching begonnen. Also, von da aus ist er dann zu RB Salzburg gewechselt. Und das war's mit dem Video. Wenn ihr öfters solche Steckbriefe sehen wollt, lasst gerne ein Like auf dem Video da und ein Abo. Würde mich, wie gesagt, sehr freuen und danke für die 200 Abonnenten nochmal.